Das Team GSG, eure Paranormalermittler. Diesmal sind wir bei uns leider selbst im Haus wieder tätig. Ja, wir haben hier vorne einen Ball, wir hatten gerade Geräusche mitgekriegt und ja, wir versuchen jetzt mal eine paranormale Untersuchung bei uns im eigenen Haus zu machen. Was besonders einfach und besonders toll ist, wenn man diese Scheiße im eigenen Haus hat. Ja, wir werden jetzt ein paar Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade mitgekriegt habt, das ist jetzt gerade bei uns unten im Erdgeschoss. Es sind gerade zwei Orks vorbeigeflogen. Maik, hör mal kurz auf mit den Fotos bitte. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade mitgekriegt habt. Ich bin gerade wieder vorbeigeflogen. Die Kamera von mir steht auch gerade komplett verrückt. Ich werde jetzt ein paar Fragen stellen. Die Erforschung des Paranormalen ist unsere Aufgabe. Die Geister und Dämonen existieren. Wir arbeiten mit den neuesten Geräten. Das Team ist für sie da. Wir gehen an unsere Grenzen. Sie finden uns. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok und Twitch. Das Team GSG, eure Paranormalermittler. Diesmal sind wir bei uns leider selbst im Haus wieder tätig. Ja. Wir haben hier vorne einen Ball. Wir hatten gerade Geräusche mitgekriegt. Und ja, wir versuchen jetzt mal eine paranormale Untersuchung bei uns im eigenen Haus zu machen. Was besonders einfach und besonders toll ist, wenn man diese Scheiße im eigenen Haus hat. Ähm. Ja. Wir werden jetzt ein paar Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade mitgekriegt habt. Das ist jetzt gerade bei uns unten im Erdgeschoss. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade mitgekriegt habt. Wir sind gerade wieder vorbeigeflogen. Die Kamera von mir spielt auch gerade komplett verrückt. Ich werde jetzt ein paar Fragen stellen. Ist jemand hier, der mit uns reden will? Mein Name ist Nick. Auf der rechten Seite neben mir ist Jenny. Und direkt vor mir ist Mike. Hi. Kannst du uns sagen, wer du bist und was du von uns willst? Hi. Wenn du hier bist, kannst du diesen Ball berühren. Der leuchtet ganz lustig. Schaffst du das, diesen Ball zu berühren? Das kam von oben. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hören konntet. Die Kinder? Jenny macht jetzt mit der Kamera weiter und ich gehe mit euch mal in den oberen Bereich. Vielleicht hättest du den Ball berühren können. Du solltest es ausprobieren. Normalerweise laufen die Kinder mal rauf und runter. Hier oben war das Bild gerade ganz schlecht. Ich weiß. Ich schreibe mal die Gose. Ich schreibe mal die Gose. Und du weitest. Ich mache mal die Gose. Du blieb. Ich war dir das. Wir haben dieses Götzschlau. Nein, nicht. Six. Thousand. enough. Wenn du deine Frau occurst, Das ist ja jemand, der mit uns sprechen möchte. Was? Wassermann. Wassermann. Wasser. Das ist einfach... Was? 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 Ist hier jemand, der mit uns sprechen möchte? Hier sind jede Megawarps. Mhm. Ist hier jemand, der mit uns sprechen möchte? Nein. 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 Mein Name ist Jenny. Ich bin der Mike. Und oben ist Nick. Nein. Ich gehe bei dir aus dem Zimmer. Ja. Nein. 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 Na ja jetzt kann alle halten. Ja. Mein John. Ja. Hallo? Hallo. Hallo wie gehts? Hallo. Wie gehts? Mir gehts gut und mir gehts anderes. Und wie gehts dir auch? So mal, seht ihr den Bein vor uns? Wir haben heute noch einen kleinen Ball. Den kleinen Ball könnt ihr bewegen und da blickt er ganz toll. Wir können das gerne mal ausprobieren. Das ist dieser Ball. Wer ist denn das Kind bei euch? Möchtet ihr vielleicht das Kind mit dem Ball spielen? Könnt ihr bitte mit dem kleinen Ball ein bisschen berühren? Wer ist denn das Kind bei euch? Das ist eine Demo. 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 Das ist ein Mädchen. Aber Junge. Bist du ein Mädchen oder Junge? Ein Mädchen. Hallo? Ja. Ich möchte mit dem Kind sprechen. Wir wollen ganz gerne mit dem Kind mal sprechen. Wir wollen ganz gerne mit dem Kind mal sprechen. Wir wollen ganz gerne mit dem Kind mal sprechen. ein ganz blauer Opfer ist gerade vorgeflogen. Was ist? Oh, hier bin ich auch. Oh, hier bin ich auch. Oh, hier bin ich auch da. Oh, hier bin ich auch. Oh, hier bin ich auch da. 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 Hier ist auch da. Oh, hier bin ich 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 auch da. Jetzt habe ich dir wieder geredet. Hallo. Hallo. Alles okay bei euch? Hallo. 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 Wir würden uns mal ganz gerne wünschen, wenn ihr euch mit uns unterhaltet. Warum? Wenn wir gerne mehr über euch wissen möchten, warum ihr hier seid. Entschuldigung, das kam so lustig. Ich wollte nicht lachen. Ich lache mit euch und ich gehe heulen. Woher kommt unser Vermieter? Keine Ahnung. Der Vermieter kommt aus... Albanien. Und diese Stadt... Das ist Albanische Stadt. Was? Kommt ihr aus Albanien? Nein. Hört sich bayerisch an. Wo ist der Ohren? Hört sich nicht. Nein. Nein. Sow işte. Salut. Fr! много dif�inn sind und organisations werden online auflöpft wie��qs NCSsns. Sagt ihr? Kommt der zum Frankreich? Misch. Nein. Wer seid ihr? Unten! Alter, waren die uns vor kurzem? Wir saßen unten und haben hier oben eine Frau schreit. Ich hab meiner auch gehört. Ja. Jetzt, mein Kreuzum steht hier und haben hier oben eine Frau schreit. Ja. Die wechseln sich ab. Ja. Die spielen mit uns. Ja. Rauf und runter. Das war mir absichtlich. Könnt ihr gerne hier hochkommen? Ja. Warte, ich sitze an deinen Treppe, du Vollraum. Kannst du bitte hier hochkommen? Dann machen wir ein tolles Video. Spielt ihr mit uns gerne? Ja, sehr gut. Warte mal. Ich muss hier reinholen. Spielt ihr mit uns gerne? Ja. Ja. Sehr gut. Ich bin ernst jetzt. Ich würde es holen, dass man das Ding nicht sieht. Sag dir. Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt das aus. Nein. Lass doch an. Lass an. Wir stellen unten die Kamera von Michael. Ich hätte die Idee, den Ball an die Trampe zu legen. Den Ball an die Trampe zu legen. Da, wo du gerade sitzt. Ja, kannst du ja gerne machen. Setz ihn da unten hin am Flur. Und ich setze den Marks Kamera direkt in die Küche. Nein, ich wollte da, wo du gerade den Ball hinlegen. Nein, das bringt nichts. Um zu gucken, ob da sich... Die spielen sowieso mit uns. Wenn wir runter gehen, ist der Spinnig gleich mit dem Ball nach unten. Weißt du? Das ist doch mal eine Planung. Nicht? Was ist unten hin? Dann kam wieder was. Den Ball wird es runter. Mike, ich nehme ihn mal die Ball. Schatz, warte. Ich lege den Ball an die vorletzte Stufen. Oh, mir wird kalt. Mir wird gerade richtig kalt. Warum? Was ist überhaupt hier? Es ist kalt gerade. Mir war zu eisekalt gerade. Krass. Ich friere. Hier ist aber ein bisschen Kälte. Bei dir ist doch irgendwas. Ich tue deine Kamera auf. Okay. Probeite mit 15 oder 15 Minuten. Äh. Die Kamera hat schon wieder aufgehört. Hat die Naomi oder Omi gesagt? Naomi. Hast du Naomi gesagt? Nein. 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 Heißt du Naomi? Nein. Sie ist bescheuert. Bist du bescheuert? Nein. 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 Wie viele Bäder? Du ile? Se entered Larger nochkurse? Ja. Ich vagefuerlust du mal! Ich finne dich. Es sind mehrere Kinder. Ich war nur mit vielen Kindern. Zwei procher haben Menschen... Männchen wollen noch weibliche... ... und mehr Kinder. Ja. Und für etwas anderes, was nicht nett ist. Das kommt mir gerade so vor, als wollen die hier leben und sich gerade unterhalten, als wollen die zum Tag abspielen. Und die haben uns gar nicht wahrgenommen. Der eine Mann sagt, seid ihr bescheuert? Und die Kinder haben sich plötzlich aufgeregt. Habt ihr bescheuert? Ja. Ja, das haben wir jetzt gerade beten. Es kommt mir gerade so vor, weil die nicht wirklich auf uns reagieren. Wir reden untereinander. Aber was ist, wenn die Kinder uns warnen wollen und die Erwachsenen noch wieder oben sind? Ja. Dass die Erwachsenen was? Nicht wollen. Das kann auch sein. Und deswegen sagten, seid ihr bescheuert? Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass die Familie, die hier früher drin lebt hat, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas ist da oben. Das ist ja was. Das ist die Familie oben auf der Boden. Ja. Warum ist dieser scheiß Boden zugemacht? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Könnte der Vermieter auch nicht sein. Der wusste doch nicht, wann das Nachboden da oben ist. Ich bin da. Ich bin da. Könnt ihr uns was über den Dachboden erzählen hier im Haus? Es lebt ja oben an... Was ist auf dem Dachboden? Alter, das war gerade gruselig, hier ist auch was, ja so wie, wie in der Hand, aber auch was, also, wir sind jetzt in der Gitarre schon höher, Hallo, wer bist du denn? Wer bist du denn? Guck mal, wir haben so einen schönen Band, mit dem kannst du spielen, wir hatten dir unten mal gezeigt, wie das geht. Ich nehm. Ich nehm? Hm? Das dunkle Stimme, nicht für dich. Ja. Bleib an der Treppe sitzen. Na. Hallo. Ich beobachte den Schuhe. Willst du die Kamera wieder haben? Ne, ne du. Wer ist denn das Kind? Wer ist denn das Kind? Könntest du das vielleicht nochmal wiederholen? Das ist ne ganz andere Sprache. Hebrisch? Ich hab keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, das spricht ne ganz andere Sprache. Ich kann mir vielleicht mal mit dem Kind reden. Amo. Ich Nevada. Nein. Es geht nach der minimizingija. Wann jetzt? Cort. Das hört sich in deiner Sprache. Salud. Ich hab Salud verstanden. Salud? Salud. Aus welchem Lapp kommt hier? Salut! Salutas, Prost! Er war schön durch Prost. Er war noch mal ganz klar, dass er salut ist. Wer ist dieser Flüsterer? Es ist immer einer, der flüstert. Ich kenne mich, wo das weg kommt. Aus dem Dachboden. Aber es ist, was mich wundert, der Ball bewegt sich nicht. Ganz schön. Aber auf der Kamera sieht das aus, wo der Ball fliegt. Oh nein! Oh nein! Was ist denn? Weißt du schon, was passiert? Was ist denn? Der Bewegungsmänner kann aber nicht von Ihnen kommen. Das war von Mike. Ich habe mich bewegt. Sorry. Könnt ihr den Ball bewegen? Was ist denn? Wichtig. Sag mal den Ball bewegen. Nicht immer berühren. Ich weiß jetzt noch nicht. Ich habe mich auch nicht bewegt. Ich habe mich vorhin erschrocken. Hallo? Hallo? Ihr kriegt doch das Schrocken-Schaf. Wer seid ihr denn? Wir möchten ganz gerne mit euch sprechen. Wir möchten ganz gerne wissen, wie ihr seid. Der Dachboden ist uns scharf. Der Dachboden ist uns scharf. Ich weiß. Ihr müsst den Dachboden aufmachen. Ihr müsst den Dachboden aufmachen. Das ist egal, weil wir gerade hier oben den Dachboden haben. Ja, aber vielleicht können wir uns mit dem Gespräch aufmachen. Und lauern dazwischen. Deine Mutter lässt sich keinen Bock haben, um mit uns zu sprechen. Ja. Ja. Mach ab. Ja. 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 Du darfst mal eure Namen erfahren. Ja. 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 Ich heiße Jenny. Ich bin der Mike. Nicht der Nahe. Nein. Nein, nein? Kaffe. Jetzt bist du jetzt raus. Blirsch. 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 Hallo. Möchtet ihr mit mir reden, vielleicht? Ja. Wie heißt ihr denn? Darf ich euren Namen wissen? Hallo, mein. Hi. Hallo, mein. Hi. Hier we are, lost in mediocrity. Some trains we've missed, but there is one that we're on. And here we are, so banal in all needs. Simple things like love or freedom, yet so hard to please. And here we are, longing for things we never see in reality. Here we are, so breakable, so close to insanity. Here we are. Here we are, always longing for the past. Never where we want to be, our time runs way too fast. And here we are, trying to live a perfect life. Speaking of freedom when there is still one hand tied. And here we are, longing for things we never see in reality. Here we are, so breakable, so close to insanity. ettlough 미끉